Heute möchte ich Ihnen gerne unseren Hebetrolley E-Slift Master vorstellen. Eine Hebehilfe zum Aufnehmen und Entleeren von Fässern. Wir haben hier eine elektrische Aufnahme, die es ermöglicht, das Fass aufzunehmen und in die beliebige Position zu drehen. Momentan läuft dieser Hebetrolley auf Dauerbetrieb zum Mischen von Inhalten in dem Fässer, was aber eine Sonderausführung dieses Hebetrollys darstellt. Wir können während des Mischprozesses an die gewünschte Stelle verfahren, um dann dort die Entleerung vorzunehmen. Der E-Slift Master bestichtet seine Leichtgängigkeit, trotz seines hohen Gewichtes und ist sehr robust und wertrechtlich ausgeführt. Wir arbeiten hier mit einer Spindel im Gegensatz zu Bandhebehilfen und diese Ausflugung der Passaufnahme ist aus Hebenstern. Sodass auch im Pharma-Bereich damit gearbeitet werden kann. Soweit. Hier sehen wir die Geschwindigkeit, wenn der Dauer nach oben überfahren werden kann. Der Hebetrolley gibt es in einer Höhe von 2,20 Meter. Kann aber auch aufzocken. Höher Höhen nicht noch ausgeweitet werden, je nach Kundenwunsch. Höher Höhen nicht noch nicht. 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 Höhen nicht noch nicht.